Wir sind jetzt bitte in die Stube. Wir sind jetzt in die Stube. Wir sind jetzt in die Stube. Sehr schön. Wir sind jetzt in die Stube. Machen wir es bitte. Ich wusste schon jetzt, aber... Und dann einmal bei mir, alles drei. Aber es wird jetzt alle, bitte alle Augen zu hier. Wir schlafen auch noch eins mit Augen auf. So, alle verziehen. Wir sind ja einfach so mal hinter der Kamera. Und schön lachen. Danke. Also, wer seid ihr jetzt in die Stube? Das ist Helena Hofnagel, die Regisseurin und Produzentin. Und Taube Maas, Produzent. Das sind für mich Produzent. Und heute nicht du. Jetzt gerade. Genau. Um was geht es um unser Wachsenwerden Ende 20? Ich bin ganz kurz. Außer direkten Erfahrungen. Ich sage, wo es steht, wo es jetzt passiert. Absolut, genau so. Alles in echt passiert. Haben Träume einen Ablauf davon. Das ist sozusagen auch so ein bisschen die Grundfrage. Mit Ende 20, wo man langsam im Kreise der Verwachsenen eintritt. Und man sich fragt, kann ich noch an den Träumen des Teenagers festhalten? Oder muss ich jetzt doch einen richtigen Job machen? Ein Konflikt. Und dann geht es darum, dass... Schau mal, alle. Möchtet ihr eine Zeug? Möchtet ihr ein bisschen dazu? Lachen wir einfach alle dran. Jetzt gibt es ein paar. Und jetzt wird es nicht schwächer. Ich habe es nicht schwächer. Ich habe es nicht vor. Ich habe es nicht vor. Ich habe es nicht vor. Entschuldigung. Passt. Nee, es passt. Sie. Ja, ja. Ja, jetzt hat es nicht vor. Ja, jetzt hat es nicht vor. Nein. Ich habe es nicht vor. Nein. Ich habe es nicht vor. Nein. Ich habe es nicht vor. Dann wird sich keiner benachteiligt. Ja. So, das war zu mir. Sehr schön. Danke. So, danke. Das war gut. Ohne Erdnuss. Ja. Ja. Einmal das Läden. Ohne Erdnuss. Ohne Erdnuss. Ohne Erdnuss. Ohne Erdnuss. Passt. Und erdnuss. Ja. 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 Und jetzt. Alles geht bei dir. Ja. 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 Ja, genau. Moment. Moment. Stopp. Ja, genau. Und lassen. Das sind Siebenzeiten. Da musst du schnell sein. Ja. Ja. verboten. Ich habe es nicht auf den Nachdrücken gemacht. Ja. Hat lustiges Leben. Natürlich. Natürlich. Sehr gut. Zertüren hier die Haare. Nein. Nein. Jetzt ist das nicht toll, wenn du das hätte gesagt. 1 für die Roni-Jagde. Genau. 1 für die Roni-Jagde. Genau, das ist wie gesagt. So, jetzt. Einmal bitte zu dir. Wir mitlegen. Jetzt weit vor. Jetzt. Einmal schön zu dir. Aber bitte, die Händler, das wird mir schon sehen. Das ist doch nicht. Ich wollte es schon sehen. Nein. So. Jetzt will ich auch sagen, dass es schaut besser aus. Sehr gut. Jetzt. So. Einmal bei mir. Einmal hier bitte. Einmal zu mir. Einmal zu mir. Einmal zu mir. So. Jetzt bei mir kurz im Hernetz. Jetzt bin ich drin. Bei mir. Warte, warte, warte. Warte, warte. Geht hier. Ja, das war mal. Nein, das war mal. Mach das noch. Mach das noch nicht. Mach das noch nicht. Mach das noch. Jubel, Jubel. Wir sind glatt, wir sind zu. Das war toll. Bei uns! Die Hände mal hoch! Die Hände hoch! Einmal hochziehen! Einmal zu mir noch! Jetzt verstehen wir! Nicht darüber schaffen! Einmal meinen, dann kommst du dran! So! Hallo! Ich hab noch gar nichts! Ein bisschen zu helfen! Ein bisschen zu helfen! Ja genau! Ein bisschen noch! So! Okay! So bleibt! So bleibt! Warte! Und zu lachen! Ja! Zu mir! Und dann bei mir bitte! Bei mir bitte! So! Eins machen wir noch! Und dann sind wir fertig! So! 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 So!